Abu Darda war schon in der Jahiliya ein sehr enger Freund von Abdullah ibn Rawaha. Sie aßen und tranken zusammen. Der eine sorgte sich um den anderen. Sie haben gemeinsam Spaß gehabt. Eben das, was beste Freunde untereinander so machen. Die enge Freundschaft von Abdullah ibn Rawaha und Abu Darda war mittlerweile in ganz Medina bekannt. Sie waren beste Freunde, doch ihre Freundschaft sollte eine andere Richtung einnehmen. Abdullah ibn Rawaha dachte oft über den Tod und das Jenseits nach. Er wusste, dass wenn sie beide sterben würden, Allah sie an Jomel Qiyamah trennen wird, weil Abu Darda ein Götzenanbieter war. Er war also kein Muslim. Er liebte seine Götzen. Er parfümierte sie ein, kaufte teure Seide aus dem Jemen für sie und kleidete sie damit. Abdullah ibn Rawaha sorgte sich so sehr um Abu Dardas Jenseits, dass er nachts immer wieder aufwachte und nicht ruhig schlafen konnte. Er musste also etwas unternehmen. Eines Tages ging er raus. Er lief von Abu Dardas Haus vorbei und sah, dass seine Fenster und Türen offen waren. Abdullah ibn Rawaha schaute rein und sah die Götzen. Abu Darda war nicht zu Hause. So bat er die Ehefrau, um Erlaubnis eintreten zu können. Sie willigte ein. Abdullah ibn Rawaha war alleine im Raum. Er nutzte die Abwesenheit der Ehefrau und zerstörte alle Götzen, bis nichts von den Götzen übrig blieb. Dann ging er nach Hause. Als Abu Darda wieder nach Hause kam, sah er überall die Reste seiner Götzen auf dem Boden liegen. Seine Ehefrau war außer sich und sagte, O Abu Darda, dein bester Freund, dem du vertraust, von dem du denkst, er sei ein guter Mensch, ist kein guter Mensch. Sieh, was er getan hat. Er hat dir nur Schlechtes gebracht. Brich den Kontakt zu ihm ab. Er ist kein guter Umgang für dich. Abu Darda war auf 180. Er wurde wütend. Wie kann mein bester Freund das Wichtigste für mich im Leben zerstören? Wie konnte er mich nur so hintergehen? Ihm kam der Gedanke, sich an Abdullah ibn Rawaha zurecht. Dann kam aber die Wende. Er nahm ein Stück seiner Götze in die Hand und betrachtete es genauer. Dann fing Abu Darda an zu lächeln. Er sprach mit sich selbst. Abdullah ibn Rawaha ist ein guter Mann. Meine Götzen, die ich liebe und verehre, liegen nun da. Sie konnten sich selbst nicht einmal schützen. Wie konnten sie mir also jemals überhaupt helfen? Danach suchte er Abdullah ibn Rawaha, um mit ihm zum Propheten zu gehen und das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Abdullah ibn Rawaha sah von weitem seinen Freund Abu Darda kommen. Er sah das Lächeln und die Freude. Er ahnte schon, dass sein bester Freund nun auch sein Bruder im Islam werden möchte. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Rufe zum Weg deines Herren mit Weisheit und schöner Ermahnung und diskutiere mit ihnen auf die beste Weise. Auch wir haben den einen oder anderen Freund, von dem wir wissen, dass er seine Neigungen folgt und nicht den Weg des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Vielleicht wissen wir, dass er Drogen nimmt und wir schauen zu. Oder er betet nicht und wir rufen ihn nicht dazu auf zu beten. Wir lassen ihn praktisch weiter in die Irre gehen. Vielmehr sollten wir uns um das Jenseits unserer Freunde sorgen. Mit einigen von ihnen verbringen wir viel Zeit. Wir lieben sie. Wir tun fast alles füreinander. Sind immer füreinander da. Aber was ist mit ihrem Jenseits? Wollen wir nicht mit all den Menschen, die wir lieben, auch das Paradies betreten? Wenn wir sie wirklich lieben und sie uns wichtig sind, dann sollten auch wir uns Gedanken über unsere engsten Freunde machen. Ihnen den Islam näher bringen, damit Allah subhanahu wa ta'ala sie im Jenseits nicht bestraft und wir gemeinsam das Paradies betreten dürfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit jenen im Paradies vereinen, die wir lieben und die uns lieben. Allahumma amin.